Assur-Bani-Apli war vom 27. Oktober 669 v. chr. bis 631 627 v. chr. König des Assyrischen Reiches. Sein Name bedeutet Assur ist der Schaffer des Erbsunnes. Aus einer assyrischen Chronik des Jahres 640 v. chr. geht hervor, dass Assur-Bani-Apli der 83. Assyrische König nach Erisum, Sohn des Illusuma, war. 19 Jahre nach dem Tod des Assur-Bani-Apli 631 627 v. chr. ging das assyrische Reich nach Thronfolgekämpfen und der Eroberung durch die Meder und Babylonier unter. Leben Als zweitgeborener Sohn Assur-Aheldenas ursprünglich nicht als Thronfolger vorgesehen, wurde Assur-Bani-Apli von seinem Vater Assur-Aheldenas zum designierten König ernannt. Nachdem Assur-Bani-Aplis Großmutter Nakia ihre direkte Verwandtschaftslinie durchsetzen konnte. Bereits Assur-Aheldenas war unter Mithilfe Nakias entgegen der üblichen Rangfolge von Sinahieriba als Kronprinz von Assyrien ausgewählt worden. Durch seinen Lehrer Balasi genoss Assur-Bani-Apli wie auch Sinahieriba und Assur-Aheldenas eine sorgfältige literarische Erziehung. Er hinterließ in Lingive eine bedeutende Bibliothek, die didaktische, literarische, religiöse und astronomische Texte umfasste. Seine Residenzen ließ er mit prächtigen Reliefs schmücken, die Kriegs-, Jagd- und Alltagsszenen aus dem Palastleben darstellten. Assur-Bani-Apli berichtet um 665 v. chr. von einem heuschreckenartigen Einfall barparischer Zerstörer, die das Land verwüsteten und verwendete für deren Anführer Turkdame das assyrische Schimpfwort Guter. Bereits um 667 v. chr. bat König Güges um assyrische Hilfe gegen die umherziehenden Iskoseye. Assur-Bani-Apli folgte dem Hilferuf nicht und vermerkte kurze Zeit später die Gefangennahme von Güges. Im weiteren Verlauf muss Güges die Rückeroberung gelungen sein, da zwischen 666 v. chr. und 650 v. chr. ein Sieg über die Iskoseye vermeldet wird. Ob Assur-Bani-Apli den Angriff der Iskoseye vollständig abwehren konnte, bleibt strittig. Der Orakelpriester Akalanu titulierte um 657 v. chr. in einer Keilschrifttafel die Iskoseye als Kisutu. Diese Benennung wurde sonst im Zusammenhang mit assyrischen Königen gebraucht, was für eine kurzzeitige Herrschaft sprechen würde. Nach dem Tod des Güges im Jahr 644 v. chr. bat sein Sohn und Nachfolger Ades II. erneut um assyrische Hilfe. Ob diesmal dem Gesuch Folge geleistet wurde, konnte bislang nicht geklärt werden. Die schriftliche Überlieferung für Tugdame endet um 642 v. chr. mit seinem Tod in Kilikin. Sein Sohn und Nachfolger Santakuru wird in einer Hymne an Samas um 640 v. chr. genannt in der Assur-Bani-Apli einen endgültigen Sieg über die Iskoseye erbittet, ein weiterer Beweis, dass die Bedrohung auch in den Jahren nach Tugdame noch andauerte. Weiterer Verlauf sein Bruder Samas Umaukin wurde, wie von Assur-Ahedina festgesetzt, König von Babylon. Er rebellierte mit der Unterstützung der Arameer, Elamiter und Araber. 647 v. chr. unterwarf Assur-Bani-Apli nach vierjährigen Kämpfen Babylonien. Samas Umaukin verbrannte in den Ruinen seines Palastes. Dieser Frevill gegen das religiöse Herz von Mesopotamien dürfte Assur-Bani-Apli aber letztlich die Herrschaft gekostet haben. Mit Turatu pflegte Assur-Bani-Apli freundschaftliche Beziehungen, auch mit den Sküten hielt er später Freundschaft. Nach einem Aufstand brachte er Mana wieder unter assyrische Kontrolle. Nach der Eroberung Elams etwa 636 v. chr. brechen die Nachrichten über seine Regierungszeit ab. Die von ihm angelegte große Bibliothek hat noch der modernen Assyriologie unschätzbare Dienste geleistet. Da der Fund dieser Tontafel-Bücher-Ei in Kujunchik, einem Teil des alten Lingive, der Assyriologie die Grundlagen für ihren weiteren Ausbau lieferte. In allen Städten Babyloniens wie Assyriens hat Assur-Bani-Apli eine reiche Bautätigkeit entfaltet. Am wichtigsten sind der Ausbau eines alten und die Errichtung eines neuen Palastes in Lingleif. Den Griechen, denen er unter dem Namen Sadanapal bekannt wurde, galt er als das Urbild eines Schwelgers, was den geschichtlichen Tatsachen wenig entspricht. Eponyme 1997 wurde der Asteroid Asher-Mai-Pel nach ihm benannt. Siehe auch Sadanapal Der Tod des 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 Sadanapal